Das Hotel Ocean Spree liegt in Miami Beach in Florida. Das Hotel Ocean Spree ist beliebt unter den Gästen. 80% empfehlen das Hotel weiter. 43 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,7 von 6 Sonnen bewertet. Zimmer. Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,5 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,3 von 6 Sonnen bedanken. Gastronomie. Gastronomisch kann das Hotel nicht bei den Gästen punkten. Es erhält 2,9 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 2,7 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen.